Gute und herzlich willkommen zu LinkedIn Lounge, dein Podcast für souveräne Kommunikation auf LinkedIn und anderen Bühnen. Heute live, nee ist gar nicht live, heute aufgezeichnet in Berlin, unweit von Checkpoint Charlie auf einer Geschäftsreise mit niemand geringeren als Marina Zajans, gute Marina. Hallo Thomas. Diese Folge mal ein wenig anders, nämlich ein kleines Potpüri, eine kleine Mischung, ein kleiner Schnack über Dinge, die uns aktuell passiert sind, die uns wichtig sind, die uns aufgefallen sind in den letzten Tagen und Wochen. Und beginnen möchte ich mit einer Frage von einem Hörer, tatsächlich wurde diese Frage uns schon mehrfach gestellt und endlich habe ich jetzt mal Gelegenheit, Marina, dir diese Frage zu stellen, nämlich, ich kann auf LinkedIn ja Beiträge veröffentlichen, Kommentare veröffentlichen. So weit, so einfach. Aber ich kann auch Artikel schreiben. Und das machst du ja seit geraumer Zeit und dein Artikel erscheint ja sogar als Newsletter. Erzähl uns doch mal, was es damit auf sich hat. Es ist wirklich eine sehr tolle Funktion für alle Menschen, die mal mehr in die Tiefe gehen wollen und sagen, ich habe hier was für eine sehr bestimmte Zielgruppe, in meinem Fall eben für Vorstände oder für Menschen, die Vorstände begleiten beim Thema CEO Branding. Das sind ganz oft die Marketing-Kommunikationsabteilung in den Unternehmen. Und das ist einfach eine schöne Möglichkeit, um wirklich nochmal seine Expertise zu teilen, zu zeigen. Ich bin so tief drin in diesem Thema, dass ich beispielsweise alle zwei Wochen dazu einen längeren Artikel veröffentliche. Und das ist einfach ein sehr schönes Zeichen. Und gleichzeitig kannst du über diese Artikelfunktion, wenn du sie eben unter einem Newsletter veröffentlichst, kannst du auch Abonnenten sammeln. Also so wie wenn du normalerweise eine Newsletter per E-Mail veröffentlichst, dann hast du auch irgendwann deine Subscriber und die hast du eben auch auf LinkedIn. Und das ist ziemlich cool, weil dann kannst du natürlich da einmal durchgehen und sehen, wer von meinen bisherigen Followern oder auch Nicht-Followern ist subscribed, wer interessiert sich offensichtlich für dieses Thema. Das heißt, du könntest damit, das habe ich bisher noch nicht gemacht, aber du könntest auch mit diesen Menschen nochmal mehr in die Interaktion gehen, die nochmal anschreiben oder man muss natürlich schauen, dass es kein Sales-Posten für Veranstaltung wird. Ich wollte gerade sagen, es wird einen zum Sales-Funnel irgendwo. Genau, aber man kann das ja auch elegant machen. Und das ist wirklich eine sehr schöne Sache. Ein Newsletter oder zwei, die ich auch sehr schön finde, ist einmal irgendwas mit LinkedIn von der Britta Behrens, wie der Name schon sagt. Alles zum Thema LinkedIn und einmal Personal Branding Blueprint von der Christina Richter. Zwei Newsletter, die ich sehr empfehlen kann. Ja, Grüße gehen raus an der Stelle. Aber sag nochmal im Detail, das sind also Artikel. Diese Artikelfunktion findest du, wenn du, also nicht da, wo du neuen Beitrag beginnst, ist so ein kleiner Button, da steht Artikel dabei, dann kommst du in ein neues Interface und kannst dich da kreativ mehr ausleben. Du kannst Header-Bilder einbinden, Zitate, Bilder, Grafiken, alles Mögliche, wie du es vielleicht von Medium oder einer anderen Blogging-Plattform kennst. Und wie wird denn aber aus einem Artikel ein Newsletter? Das ist einfach eine Frage der Einstellung, die du vornehmen kannst. LinkedIn fragt dich, möchtest du vielleicht ein Newsletter daraus machen? Dann legst du ein Thumbnail fest, also ein Coverbild sozusagen. Du legst fest, wie oft du den veröffentlichen möchtest. Ich habe jetzt zwei Wochen angegeben, manchmal um die Ferienzeit rum sind es auch nur alle drei Wochen, das ist jetzt nicht so schlimm, finde ich. Sagst du jetzt. Und genau, dann jedes Mal, wenn du einen neuen Artikel veröffentlichst oder wenn du den startest zu schreiben, frag dich LinkedIn, soll das unter dem Newsletter CEO Branding Insights erscheinen? Und dann sagst du ja und ja, dann legst du quasi los. Genau. Und das kann man machen sowohl als Person als auch als Unternehmen, indem man Artikel veröffentlicht und dann eben die als Newsletter veröffentlicht. Du hast gerade schon gesagt, deiner heißt CEO Branding Insights. Kannst du kurz nochmal sagen, wie du da redaktionell vorgehst? Wie ist so die, das ist ja deutlich länger und umfangreicher als normaler Beitrag, wie ist da die kreative Arbeit dahinter? Ja, tatsächlich würde ich das, glaube ich, mittlerweile nur noch mit Mühe schaffen, das komplett alleine zu machen. Deswegen arbeite ich dann mit Lisa Eidner zusammen, die ja wiederum mit uns bei Schaffenskeist auch unter anderem CEO-Kunden beim Thema Ghostwriting betreut. Und sie macht sehr viel der Recherchearbeit. Sie schreibt auch. Und dann gehen wir im Grunde gemeinsam ins Sparing und sagen, hey, das sehe ich vielleicht anders oder das sehe ich so. Können wir das noch ergänzen? Können wir das noch machen? Das ist wirklich ein gemeinsames Projekt. Und wir haben einfach eine Liste, wo wir Ideen sammeln. Und manchmal sind das aktuelle Themen, wo wir sagen, hey, jetzt gerade ist Folgendes passiert, das müssen wir aufgreifen. Oder wir sagen, das Thema ist schon länger bei uns auf der Ideenliste. Lass uns doch das jetzt einmal angehen. So, und dann macht Lisa meistens den ersten Draft. Und dann schaue ich mir das an, dann diskutieren wir nochmal. Und genau, dann irgendwann wird es veröffentlicht. Meistens immer sonntags. Und das ist auch eines der Vorteile des Features. Ich kann ja einen Entwurf veröffentlichen und dann teilen, bevor er veröffentlicht wird. Richtig? Genau, du kannst den Entwurf mit anderen teilen. Allerdings kannst du nicht gleichzeitig an der Version arbeiten, weil das ist, im Endeffekt läuft es über meinen LinkedIn-Account. Das heißt, wir arbeiten vorher in Google Docs und dann auch übertrage ich das Ganze. Nicht so super praktisch, aber. Ja, liebe Kuse an LinkedIn, vielleicht können wir da noch ein bisschen die Editierfunktion nochmal vereinfachen. Das Schöne ist ja, ich habe trotzdem alle Interaktionsmöglichkeiten. Ich kann den Beitrag liken, ich kann ihn kommentieren. Von der Reichweite, sag mal Marina, gehen die nicht unbedingt durch die Decke, oder? Nee, das tun sie nicht, weil Longform-Content auf LinkedIn nun mal in der Regel nicht so viel Reichweite bekommt. Ist ja auch klar, du siehst in deinem News-Suite erstmal den Link zu diesem Artikel. Du musst draufklicken, du musst das ganze Ding lesen und dann meistens interagieren die Menschen ja auch erst. Aber das Schöne ist, sobald du eine treue Fanbase hast, sozusagen, also unsere Newsletter haben so in der Regel um die 50 bis 80 Likes und Kommentare, aber dafür sind das wirklich Leute aus unserer Zielgruppe. Und das finde ich viel charmanter, als mal einen Post zu haben mit 300 Likes, wo aber querbeet alle möglichen Leute geliked und kommentiert haben. Das sind jetzt ein bisschen deine Luxusprobleme, so 300 Likes von Leuten, die querbeet haben. Würde ich mir wünschen, mal 300 Likes zu bekommen. Ist auch schön, aber for a different reason. Sehr schön. Wem würdest du es empfehlen, an so eine Artikel-Serie, Artikel-Prinzipielle oder auch Newsletter-Serie zu denken? Für wen ist das geeignet? Also zuallererst Menschen, die gerne schreiben oder die mit Ghostwriters arbeiten und da einfach den Luxus haben, dass sie ihre ganzen Ideen jemandem mitgeben können, der das Ganze dann für sie sauber verpackt. Und wenn man eben wirklich ein konkretes Thema hat, also ich würde ehrlicherweise nicht mit einem sehr generischen Newsletter starten. Also wenn der Newsletter irgendwas mit HR oder sowas ist, uff, davon gibt es halt einfach schon unfassbar viel. Dafür musst du wirklich ein Experte, ein geschätzter Experte sein, den man schon gut kennt. Oder idealerweise hast du eben wirklich eine sehr klare Zielgruppe, klares Thema und möchtest da in die Tiefe gehen, möchtest deinen Thought-Leadership-Status weiter ausbauen, möchtest vielleicht auf Events als Speaker gebucht werden oder eingeladen werden in Podcasts, das ist wunderbar. Wenn dein Ziel eher ist, ich bin Führungskraft und ich möchte einfach so ein bisschen Employer-Branding machen für unsere Company, dann brauchst du kein Newsletter, weil du ja offensichtlich keine Expert-Brand aufbaust, sondern eher eine Brand im Sinne von, ich zeige, wie es bei uns im Unternehmen aussieht. Dafür sind vielleicht Videos, Bilder und kürzere Texte besser geeignet. Ja, sehr, sehr schön. Gute Übersicht über das Feature. Wir sind mal gespannt, wie sie es entwickelt. Denn bisher war die Newsletter-Funktion ausschließlich für den Creator-Modus nutzbar. Der Creator-Modus wird jetzt, Aufnahme ist jetzt hier Ende Februar, demnächst quasi abgeschaltet oder allen zur Verfügung gestellt. Das heißt, vermutlich können dann ja auch alle anderen Menschen da draußen ein Newsletter veranstalten. Und übrigens, was ihr auch tun könnt dann als Creator, ist LinkedIn-Live-Events machen. Und kleiner Querverweis, wir machen jetzt regelmäßig auch LinkedIn-Live-Events, unter anderem am 8.3. zum Thema CEO-Branding, am 18.4. zum Thema, ich meine, Networking, muss man nachgucken. Auf jeden Fall einmal im Monat bei Marina und mir, schaut da mal rein. Vorteil bei den Live-Events, ihr könnt auch sehr gerne live Fragen stellen, zumindest wenn die Technik mitspielt. Aber auch bei diesem Podcast könnt ihr Fragen stellen, wie jetzt zum Beispiel zu dem Thema Artikel oder Newsletter. Dazu uns einfach gerne eine Nachricht schicken und natürlich nicht vergessen abonnieren. So, ansonsten, was passiert noch bei uns bei Schaffensgeist? Wir sind ja gerade sehr häufig unterwegs in Sachen Corporate Influencer. Mich hat das Thema zuletzt unter Tage geführt. Ich bin so neidisch. Wo ich auch nicht gedacht hätte, dass ich schnell mal lande. K plus S aus der Nähe von Kassel, sehr großes, sehr bekanntes Bergwerk-Unternehmen, Kali und Salze, haben ein Corporate Influencer-Programm gestartet. Grüße gehen raus an Michael Woduning, den wir hoffentlich auch bald hier nochmal begrüßen dürfen. Ja, in zwei, drei Wochen. Ja, sehr gut. Gut, dass du die Reaktionsplanung so im Kopf hast. Also Details dazu dann demnächst nochmal. Auf jeden Fall super spannend. Ich dürfte da einen Storytelling-Workshop beitragen für die Corporate Influencer. Und anschließend haben wir den schnöden Seminarraum verlassen und sind tatsächlich in das Bergwerk gefahren, also auf 800 Meter Tiefe, was ein unfassbarer, echt einmaliges Erlebnis war. Und ich muss sagen, das ist richtig toll, dass ich hier nämlich mein Job manchmal an solche Stellen und Plätze führt und mit solchen spannenden Menschen zusammenbringt. Hast du da direkt schon bei der Führung Storys aus der Wand sprießen sehen? Ja, der ist dann quasi schon bevor wir unter Tage gefahren sind, der ist schon ins Gesicht gesprungen, die Storys, weil das einfach nochmal eine komplett andere Welt ist. Und wenn du damit nichts zu tun hast, wie vermutlich mal die meisten von uns, dann ist alles, was du da erzählen kannst, ist eine neue Geschichte. Und das ist ja das Spannende. Für manche fällt das nicht leicht, diese Geschichte im Arbeitsalltag zu entdecken, vielleicht weil sie zu alltäglich sind. Aber wenn du jetzt wirklich etwas machst, was außerhalb von dem Büro stattfindet, ist, dann ist es natürlich fantastisch. Wir arbeiten auch mit Neumond Müller, Veranstaltungstechniker zusammen. Die machen halt Live-Events, Live-Kommunikation und natürlich haben die auch super viel zu erzählen rund um diese Events. Cool. Und du warst ja auch oder wir waren letzte Woche im Allgäu und da hast du auch einen Storytelling-Vortrag gegeben für eine Filmagentur, wo wir auch dann bei denen tatsächlich im Kino, im Theater waren. Das hat mich beeindruckt. Aufkornmaschine, fand ich sehr professionell. Und da hast du auch über Storytelling gesprochen. Vielleicht einfach nochmal so ein paar Tipps für die Menschen an der Stelle, weil, also ich meine, ich habe deinen Storytelling-Vortrag jetzt schon öfter gehört, aber ich ziehe trotzdem immer wieder was Neues für mich raus und denke mir, wie cool und warum machen wir das selber noch viel zu wenig eigentlich für unsere eigene Personal Brand. Vielleicht einfach so, was versteckt sich so hinter diesen verschiedenen Ur-Stories? Also wir hatten da unter anderem Tellerwäscher zum Millionär. Kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen? Genau, also Grüße gehen raus an den Bernhard Ling und sein Team von der Silberstern-Filmproduktion in Kempten, die uns da Gastgeber waren. Ganz, ganz tolles Event aufgesetzt haben. Superherzlich. Superherzlich, superschön und ja, tolle Büroräume mit einer Motion-Caption-Kamera, mit einem eigenen Kino. Richtig, richtig nice. Tolle Schnittplätze. Egal. Du hast gefragt, ach Gott. Thomas nerdet ab. Im früheren Leben war ich mal in der Filmproduktion tätig. Ja, Storytelling. Es gibt sieben Ur-Stories. Das heißt, jede Geschichte auf der ganzen Welt, in jedem Kulturkreis gehört, kann man quasi einer von diesen sieben Ur-Stories hin einsortieren, könnte man sagen. Und diese Ur-Stories sind die folgenden. Zum einen, was du nicht verwenden wirst, in aller Regel Komödie und Tragödie. Lassen wir das mal außen vor. Danach geht es weiter mit Kampf gegen das Monster. Der weiße Hai, Alien, klassische Beispiele. Es gibt die Mission, sowas wie Armageddon oder der Herr der Ringe, wo vielleicht dein Team, deine Mannschaft eine Mission hat, die sie verfolgt. Wir haben gestern gesprochen mit dem Gesundheitsexperten. Dr. Stefan Barth. Dr. Stefan Barth, genau. Und dessen Mission war es ja auch, auch Laien zu erklären, wie man gesünder leben kann, unter anderem auf LinkedIn. Folgt ihnen unbedingt, Podcast kommt demnächst raus. Das ist eine gute Missionsgeschichte, das kann man wunderbar machen. Oder das unendeckte Land, wann immer ihr eure Kunden in eine Umwelt einführt, die komplett neu ist und ihr macht ihn erklärbar und nehmt sie bei der Hand und zeigt ihnen, wie es da funktioniert. Das ist, was wir zum Beispiel häufig in unseren Workshops machen, wo wir bis dahin noch Laien zeigen, wie Social Media, souveräne Kommunikation und LinkedIn funktionieren. Das heißt, wir sind die Kaninchen und unsere Kunden sind Alice. Stimmt. Ja, schönes Beispiel. Genau, Alice im Wunderland ist eine wunderbare, das unendeckte Land Geschichte. Oder auch Avatar zum Beispiel. Oh ja. Dann gibt es noch die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt zum Beispiel, eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens ist eine Wiedergeburtsgeschichte. Oder auch Rocky kann man interpretieren als entweder Wiedergeburtsgeschichte oder vom Tellerwächer zum Millionär. Auf jeden Fall geht es darum, bei der Wiedergeburt, dass man einen eigenen Status hat, dann davon nach unten fällt im Prinzip und wiederkommen muss durch eine Reihe von Herausforderungen und Abenteuern, die man bestehen muss, bis man wieder sein eigenes Selbst entdeckt hat. Wird auch sehr oft bei Stars gezeichnet, oder? Wenn sie ein Comeback feiern. Ja, genau. Typische Comeback-Geschichte. Richtig. Und das kannst du wunderbar zum Beispiel in der Baubranche machen, wenn du einem Gebäude wieder quasi zum Leben verhilfst, also es wieder revitalisierst, es sanierst, damit es wieder im alten Glanz erstrahlt. Das könnte man wunderbar machen. Sehr cool. Was mir total hängen geblieben ist wieder, ist das Thema, dass wenn wir auf die Webseite von Kunden schauen, also ein Kunde hat uns angefragt, wir schauen auf die Webseite, aha, okay, vor dem ersten Call, was machen die denn jetzt genau, wenn das nicht eh schon bekannte Unternehmen sind. Und was ich halt immer wieder so krass finde, ist, dass man A, ganz oft überhaupt nicht versteht, was genau sich jetzt hinter dem Namen verbirgt, was genau hinter der Leistung steckt und dass die meisten Unternehmen, das hast du ja auch in deinem Vortrag gesagt, über sich reden. Ich, 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 wir, das und natürlich hat jede Webseite einen Über-mich-Bereich. Was auch okay ist. Richtig. Und gleichzeitig, man ist selber nie der Held seiner Geschichte. Du bist nicht der Held. In dem Moment, wo du als Unternehmen Kunden hast, ich vermute mal, das haben alle Hobby-to-See, B2B, wie auch immer, bist nicht du der Held, sondern deine Kunden sind die Helden. Das ist die Geschichte, die du erzählen solltest. Und du bist einfach nur der, der, der Yoda, der, der Meister, der ihnen dabei hilft, ihre Mission zu, ihre Geschichte zu schreiben, ihr Ziel zu erreichen. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Also da kann jeder gerne mal auf seine Webseite, seinen Internetauftritt oder seiner LinkedIn-Company-Page kritisch schauen, wie oft schreibt ihr da wir oder wie oft schreibt ihr über den Kunden. Und das ist der erste Schritt zum Storytelling tatsächlich, indem ich diese andere Perspektive einnehme und klar mache und deutlich mache, welches Problem löse ich denn für den Kunden? In welche unentdeckte Welt führe ich ihn denn? Bei welchen Missionen helfe ich ihm denn, zum Erfolg zu kommen? Und all das sollte ich prinzipiell als Unternehmen machen, denn so eine Geschichte kann wunderbar über die gesamte Unternehmenskommunikation durchschwingen sozusagen, kann ein guter Nordstern sein, aber kann man natürlich dann auch in einzelnen Teilen auf der Webseite oder auch in LinkedIn-Beiträgen mal wunderbar nutzen. Und wir haben das für uns selber auf der Rückfahrt festgestellt, hey, das macht Sinn ab und zu auch unser eigenes Modell mal zu hinterfragen, welche Geschichte erzählen wir eigentlich und wie positionieren wir uns damit? Ja, also gerade hier ist alles im Wunderland, eignet sich total cool, weil du natürlich die Leute unter anderem eben in diese neue Welt LinkedIn einführst und den Corporate Influencern hilfst, sich da zurechtzufinden und zu verstehen, wo bin ich denn hier, wie netzwerke ich hier, wie mache ich mich hier sichtbar und wie schaffe ich es mich nicht zu blamieren? Ja, oder auch ganz oft wird genommen vom Tellerwäscher zum Millionär, das heißt du hilfst deinem Kunden irgendwie den Status, den er, dass sie erreichen möchte, zu erreichen, was immer das dann heißt, im Sinne von Erfolg. Bei uns ist das oftmals, ich will nicht sagen von Null zur LinkedIn-Top-Voice, aber auf jeden Fall, dass man diesen Status erreicht, den man sich wünscht, den man sich als Ziel gesetzt hat. Oder vom nicht sichtbaren CEO zum sehr sichtbaren und thought-after CEO auf LinkedIn. Auch thought-after, auch schön. Auf jeden Fall so, dass man mit souverän, also mit Selbstbewusstsein und gutem Gewissens hier kommunizieren kann. Das ist die Grundvoraussetzung. Ja, das sind alles Dinge, die uns beschäftigen und ansonsten hast du sicherlich schon mitbekommen auf LinkedIn. Auch da ist super viel los. Es gibt einen neuen LinkedIn-Algorithmus-Report von Richard van der Blom, über den wir schon gesprochen haben, wo jetzt Gott sei Dank nichts weltbewegend Neues drin steckt. Würdest du mit mir besprechen? Nein. Nee, im Prinzip nur ein bisschen kürzer dürfen die Beiträge sein, habe ich mitgenommen. Interaktion nach wie vor wichtig. Und für alles Lange gibt es die LinkedIn-Artikel. Genau. Dann gibt es eine ganze Reihe von LinkedIn-Top-Voices, die im Januar gekürt worden sind. Und da gibt es gerade in der Community ordentlich Diskussionen darüber, wer ist das eigentlich, was sind die Kriterien dafür. Und Marina, erzähl mal, früher wurde das ja transparenter dargestellt von LinkedIn. Es wurde vor allem viel mehr gefeiert. Also Top-Voice hieß dann, dass du auf einer Liste erscheinst, zum Beispiel Top-Voice Diversity oder Top-Voice Sustainability. Und dann wurdest du kurz vorgestellt, sodass du auch an einem Ort alle Top-Voices finden kannst. Und mittlerweile ist es eben nicht so. Sondern ich habe eigentlich nur mitbekommen, dass jemand Top-Voice ist, weil derjenige darüber gepostet hat. Und auch die Kriterien dafür sind relativ nicht transparent. Also es gibt Top-Voices, wie Dr. Stefan Barth, den wir eben jetzt demnächst im Podcast haben, wo ich mir denke, ja, mega cool. Ich lese einen Content seit einem Jahr oder über einem Jahr und finde das mega. Und dann gibt es wiederum andere, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, wo ich denke, okay, also das ist jetzt nicht so besonders viel, was ich da sehe an Content-Historie. Deswegen, das ist tatsächlich sehr komisch, warum das jetzt so ist, wie es ist. Ja. Und auch da dürfte LinkedIn gerne etwas mehr kommunizieren, wie diese Kriterien, diese Listen zustande gekommen sind. Was ich früher total gefeiert habe, ist, dass die wirklich oftmals auch wirklich einzelne Personen rausgepickt haben, die noch nicht so im Licht der Öffentlichkeit standen, die aber Experten auf ihrem Gebiet waren und denen damit eine tolle, tolle Bühne gegeben haben, auch wenn die noch keine 10.000 Follower hatten. Ja. Und das, ich bin um eins aufgewacht und dachte mir so, auf einmal ist jeder in meinem Newsweek Top Voice gefühlt. Ich hätte was gefragt, wer sind keine Top Voice geworden? Also es ist ein bisschen strange. Ja. Auf LinkedIn wird es nicht langweilig. Wir erleben ganz, ganz viele Änderungen für den Algorithmus, für das Profil. Auch da haben wir schon gesagt, der Creator-Modus wird abgestellt, wird sich verändern lassen. Top Voice ist keine Diskussion. Auch das Thema Corporate Influencer. Vielleicht hast du den kleinen Skandal um die Leute mitbekommen. Den wir nochmal an anderer Stelle besprechen werden. Es ist sehr viel in Bewegung gerade, möchte ich sagen. Und trotzdem ist es immer noch nicht zu spät anzufangen. Vielleicht denkst du auch, ja, dieses LinkedIn scheint mir ein guter, ordentlicher Platz zu sein, um meine eigene Brand oder die meines Unternehmens zu stärken. Aber jetzt bin ich irgendwie schon ein bisschen spät zur Party. Aber Marina, wir erleben es immer wieder, dass, wenn man es klug macht, es immer nach wie vor ein ganz, ganz toller Platz dafür ist, seine Ziele zu erreichen. Ja, und vor allem, es führt halt einfach auch keinen Weg dran vorbei. Also es ist nun mal einfach mittlerweile ein nicht mehr wegzudenkendes Kommunikationskanal und Teil des Kommunikationsmix, genauso wie Presse, genauso wie Intranet und andere wichtige Kanäle. Von daher, es gibt einfach gar keine Alternative mehr. Ich höre von Kunden jetzt mittlerweile, ja, okay, wir wollen halt nicht die Letzten sein, die auf den Zug aufspringen. So schlimm ist es nicht. Und dementsprechend macht das Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und zu professionalisieren, weil, also ganz ehrlich, die Mitarbeiter schauen sich halt einfach die Profile der potenziellen Kollegen an, der Vorgesetzten an. Sie schauen sich die Company Page an. Also allein für das Employer Branding ist es halt echt nicht mehr wegzudenken, auf dieser Plattform aktiv zu sein. Wir hatten gestern unser erstes Corporate Influencer Barcamp, wie wir es genannt haben. Da haben wir eine Reihe von Koordinatoren eingeladen, die Corporate Influencer Programme begleiten oder begleiten wollen. Und da haben wir eigentlich ja genau das festgestellt, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass es eigentlich dazu wird, dass es ein Standard-Unternehmenskommunikationskanal ist. Und jetzt ist halt die Frage, wie kann man das für das Unternehmen gestalten? Das wiederum ist sehr individuell abhängig von den Unternehmenszielen, von den Teilnehmern, von den Kapazitäten, Ressourcen, die man hat. Auch von der Kultur. Und von der Kultur. Ganz wichtiger Punkt. Ja. Und vielleicht ein Wort als Mutmacher. Jeder der Menschen, die gestern da waren, haben, egal ob das ein Riesenkonzern ist oder ein kleineres Unternehmen, aber jeder hat ähnliche Herausforderungen. Also gerade das Thema, die einen feiern es total intern und sagen, wow, ist für ein geiles Programm und lalala und ich möchte teilnehmen. Und dann gibt es auch wiederum kritische Stimmen, die sagen, wow, nee, geh mir weg. Mit dem Thema. Und das ist okay. Das ist echt okay. Und das wird einfach fast jedem so gehen am Anfang, dass man eben nicht nur Befürworter hat, sondern auch Gegner. Und damit muss man umgehen. Man muss gut kommunizieren. Man muss immer und immer wieder sagen, warum man eigentlich sich für so ein Corporate Influencer Programm entschieden hat. Welchen Vorteil hat es für das Unternehmen? Welchen Vorteil hat es für die Mitarbeiter? Immer wieder auch die kleinen Erfolge messen. Immer wieder aufzeigen. Also bis einem dasselbe zum Hals raushängt. Ab dann verstehen langsam die Menschen, warum man das eigentlich macht. Und da darf man nicht müde werden. Es ist wirklich, man braucht wirklich einen langen Atem. Ja. Aber es lohnt sich. Es kann sich lohnen für dich als Koordinator oder auch für die Teilnehmer und für das Unternehmen sowieso. Ja. Und allein schon, wie viele Silos dadurch abgebaut werden, weil eben die Corporate Influencer aus verschiedensten Bereichen zusammenkommen, erzählen, sich austauschen. Ich finde, das ist einer der schönsten Nebeneffekte von so einem Corporate Influencer Programm. Das hören wir auch immer wieder von unseren Kunden, die dann sagen, jetzt sitzen auf einmal Menschen gemeinsam am Tisch und sprechen über Projekte oder Projekte entstehen, die vorher so nicht entstanden wären. Vorbehalte werden abgebaut. Die Kultur profitiert massiv von solchen Corporate Influencer Programmen. Ja. Sehr schön. Ich glaube, schöner kann das Schlusswort nicht sein. Wir müssen los zum nächsten Corporate Influencer Kickoff. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wenn nicht, behaltet es am besten für euch. Lasst uns auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Adieu. Bis dahin, alles Gute.